Geil, ja gut. So, wo ist jetzt das Weed, von dem du erzählt hast? Hier, Bro. Alter, gestern war es ein Fisch, jetzt ist es eine Gabel. Was mache ich mit der? Komm, hau an den Joint. Zieh mal dran. Zieh mal dran, das knallt. Ich zieh mal dran. Warte. Mal gucken, ob es knallt. Alter. Boah, holy shit, gib mal. Ich kann mich kontrollieren, Kevin. Mach den Eimer noch hin! Moen. Alter, war krank, oder von mir? Ja. Deine Gabel war schon krass, aber guck dir mal das hier an. Tschüss. Alter. Ja, Bruder, wo bin ich dann? Die Reveil. Fafsen, wo bist du? Fafsen, bist du krass? Tschüss, überall Farben, Bruder. Waller ist krank. Hallo, Basti. Er ist direkt geliebt, er ist direkt geliebt. Er ist direkt geliebt, was ich am reinlässt. Wie komm ich hier raus, Bruder? Weiß ich nicht, Bruder. Weiß ehrlich nicht, was ich jetzt mache. Weiß ich nicht, Bruder. Bleib da drin. Hilfe, Hilfe! Nein, bleib da. Okay, ich bin jetzt eine VGH. Ich bin eine gegradete Pokémon-Karte. Ich stehe jetzt hier. Schreib noch ein Rating hin oder so. Ja, warte, warte. Viel besser direkt. Viel besser direkt. Ja, halt voll.